Nadia Murad Ich bin eure Stimme Das Mädchen, das dem islamischen Staat entkam und gegen Gewalt und Versklavung kämpft Vorwort von Amal Clooney Nadia Murad ist nicht nur meine Mandantin, sie ist auch meine Freundin. Als wir einander in London vorgestellt wurden, fragte sie mich, ob ich nicht ihre Anwältin sein wolle. Geld könne sie allerdings nicht aufbringen, erklärte sie, und wahrscheinlich werde der Fall langwierig und nicht von Erfolg gekrönt sein. Aber bevor du dich entscheidest, sagte sie, hör dir meine Geschichte an. Im Jahr 2014 griff der islamische Staat Nadiasdorf im Irak an und zerstörte das Leben der 21-jährigen Schülerin. Sie musste mit ansehen, wie ihre Mutter und ihre Brüder weggebracht wurden, um später getötet zu werden. Nadia selbst wurde von einem Kämpfer des islamischen Staates zum nächsten weitergereicht. Man zwang sie zu beten, man zwang sie, sich vor den Vergewaltigungen schön anzuziehen und zu schminken. Und eines Nachts wurde sie von einer ganzen Gruppe von Männern brutal missbraucht, bis sie das Bewusstsein verlor. Sie zeigte mir die Narben von brennenden Zigaretten und von Schlägen. Und sie erzählte mir, dass die Kämpfer des islamischen Staates sie während ihres Martyriums immer wieder als dreckige Ungläubige beschimpften und damit prallten, dass sie die jesidischen Frauen unterworfen hatten und das Jesidentum vollständig auslöschen würden. Nadia gehörte zu den tausenden Mädchen und Frauen, die der islamische Staat verschleppte, um sie auf Märkten und über Facebook zu verkaufen. Oft für nicht mehr als 20 US-Dollar. Nadias Mutter wurde zusammen mit 80 anderen älteren Frauen hingerichtet und in einem Massengrab verscharrt. Sechs ihrer Brüder gehörten zu den Hunderten von Männern, die an einem einzigen Tag ermordet wurden. Es war Völkermord, was Nadia da schilderte. Und Völkermord ereignet sich nicht zufällig. Er setzt Planung voraus. Bevor der Völkermord begann, befasste sich die Forschungs- und Fatwa-Abteilung des islamischen Staates mit den Jesiden und kam zu dem Schluss, dass es sich bei dieser kurdisch sprechenden Gemeinschaft, die keine heilige Schrift besitzt, um Ungläubige handelte, deren Versklavung mit der Scharia vereinbar sei. Deshalb ist es nach den verqueren Moralvorstellungen des islamischen Staates zulässig, Jesidinnen, anders als Christinnen, Schiitinnen und andere, systematisch zu vergewaltigen. Dies sollte tatsächlich zu einer der wirksamsten Methoden ihrer Vernichtung werden. Was folgte, war ein groß angelegtes System des Bösen. Der islamische Staat veröffentlichte eine Art Leitfaden mit dem Titel Fragen und Antworten zur Gefangennahme und Versklavung. Frage Ist es erlaubt, mit einer Sklavin, die noch nicht in der Pubertät ist, Geschlechtsverkehr zu haben? Antwort Es ist erlaubt, mit einer Sklavin, die die Pubertät noch nicht erreicht hat, Geschlechtsverkehr zu haben, wenn sie körperlich dazu in der Lage ist. Frage Ist es erlaubt, eine weibliche Gefangene zu verkaufen? Antwort Es ist erlaubt, weibliche Gefangene und Sklavenen zu kaufen, zu verkaufen oder zu verschenken, denn sie sind weiter nichts als Besitzstücke. Als Nadia mir in London ihre Geschichte erzählte, war es schon fast zwei Jahre her, dass der Völkermord an den Jesiden durch den islamischen Staat begonnen hatte. Tausende jesidische Frauen und Kinder wurden immer noch gefangen gehalten und doch war weltweit bisher kein einziges Mitglied des islamischen Staats wegen dieser Verbrechen vor Gericht angeklagt worden. Beweise gingen verloren oder wurden zerstört und die Aussicht auf Gerechtigkeit war düster. Selbstverständlich übernahm ich den Fall. Nadia und ich engagierten uns über ein Jahr lang gemeinsam für dieses Anliegen. Wiederholt trafen wir uns mit Vertretern der irakischen Regierung und der Vereinten Nationen, mit Mitgliedern des UN-Sicherheitsrats und anderen Opfern des islamischen Staats. Ich verfasste Berichte, Vorlagen und juristische Analysen und appellierte in zahlreichen Reden an die Vereinten Nationen, sich einzuschalten. Die meisten unserer Gesprächspartner sagten uns, es sei aussichtslos. Der Sicherheitsrat habe schon seit Jahren nicht mehr in internationalen Rechtsfragen interveniert. Doch jetzt, während ich dieses Vorwort schreibe, hat der UN-Sicherheitsrat eine richtungsweisende Resolution verabschiedet, mit der eine Ermittlungsgruppe eingesetzt wird, die Beweise für die vom islamischen Staat im Irak begangenen Verbrechen zusammentragen soll. Dies ist ein großer Sieg für Nadia und die anderen Opfer, denn es bedeutet, dass Beweismaterial gesichert und einzelne Mitglieder des islamischen Staates vor Gericht gestellt werden können. Ich saß neben Nadia am Sicherheitsrat, als die Resolution einstimmig angenommen wurde. Als sich alle 15 Hände hoben, haben Nadia und ich uns angesehen und gelächelt. Meine Aufgabe als Menschenrechtsanwältin ist es oft, denen eine Stimme zu geben, die zum Schweigen gebracht wurden, dem Journalisten hinter Gittern oder den Opfern von Kriegsverbrechen, die dafür kämpfen, bei Gericht Gehör zu finden. Es besteht kein Zweifel, dass der islamische Staat versucht hat, Nadia zum Schweigen zu bringen, als er sie verschleppte und versklavte, vergewaltigte und folterte und an einem einzigen Tag sieben Mitglieder ihrer Familie tötete. Aber Nadia ließ sich nicht zum Schweigen bringen. Sie hat sich in keine der Rollen zwingen lassen, die ihr das Leben zugedacht hat. Weise, Vergewaltigungsopfer, Sklavin, Flüchtling. Stattdessen hat sie sich neue gesucht. Überlebende. Anführerin der Jesiden. Anwältin der Frauen. Anwärterin auf den Friedensnobelpreis. Sonderbotschafterin der Vereinten Nationen. Und nun auch Autorin. Seit ich sie kenne, hat Nadia nicht nur ihre eigene Stimme gefunden, sondern ist zur Stimme aller Jesiden geworden, die Opfer des Völkermords wurden, aller Frauen, die missbraucht wurden, und aller Flüchtlinge, die zurückgelassen wurden. Diejenigen, die glaubten, sie durch Grausamkeit zum Schweigen bringen zu können, haben sich gründlich getäuscht. Nadia Murads Kampfgeist ist ungebrochen und ihre Stimme wird nicht verstummen. Ganz im Gegenteil. Mit diesem Buch wird sie in aller Welt zu hören sein. Amal Cluny, Rechtsanwältin, September 2017 Teil 1 Im Frühsommer 2014, als ich mich gerade auf mein letztes Schuljahr vorbereitete, verschwanden außerhalb von Kocho, dem kleinen jesidischen Dorf im Nordirak, in dem ich geboren wurde, und das sich bis vor kurzem noch für den Ort hielt, an dem ich auch den Rest meines Lebens verbringen würde, zwei Bauern von ihren Feldern. Die beiden Männer, die sich eben noch friedlich im Schatten improvisierter Planen ausgeruht hatten, fanden sich von einem Moment auf den anderen als Gefangene in einem kleinen Raum in einem der Nachbardörfer wieder, wo hauptsächlich sunnitische Araber lebten. Außer den beiden Bauern hatten die Entführer auch eine Henne und eine Handvoll ihrer Küken mitgenommen, was uns verblüffte. Vielleicht hatten sie einfach Hunger, sagten wir uns, und auch wenn dieser Gedanke nicht direkt dazu beitrug, uns zu beruhigen. Kocho ist Zeit meines Lebens ein jesidisches Dorf gewesen, gegründet von nomadischen Bauern und Schafhirten, die in dieser einsamen Gegend eine Siedlung errichteten, um ihre Frauen vor der wüstenartigen Hitze zu schützen, während sie mit ihren Schafen zu besseren Weidegründen zogen. Sie wählten einen Landstrich, der sich gut für die Bewirtschaftung eignete, aber riskant gelegen war. Am südlichen Rand des Sin-Schar-Distrikts, in dem die meisten der irakischen Jesiden lebten, sehr nah am nicht-jesidischen Teil des Irak. Als Mitte der 50er Jahre die ersten jesidischen Familien dort eintrafen, wurde Kocho noch von sunnitischen Arabern bewohnt, die für Großgrundbesitzer in Mossul arbeiteten. Die jesidischen Familien hatten jedoch einen Anwalt engagiert, um das Land zu kaufen. Dieser Mann, selbst Muslim, wird heute noch als Held gepriesen. Und als ich auf die Welt kam, war Kocho bereits auf etwa 200 Familien angewachsen. Alle Jesiden und so eng miteinander verbunden wie eine einzige große Familie. Und das waren wir auch beinahe. Das Land, das uns zu etwas Besonderem machte, machte uns zugleich auch verwundbar. Wir Jesiden werden seit Jahrhunderten unseres Glaubens wegen verfolgt und verglichen mit den meisten anderen jesidischen Dörfern und Städten liegt Kocho weit entfernt vom Jabal Sin-Schar, dem schmalen Höhenzug, der uns seit Generationen Zuflucht geboten hat. Lange waren wir ein Spielball im Machtkampf zwischen den sunnitischen Arabern und sunnitischen Kurden im Irak. Beide gegnerischen Kräfte verlangten von uns, dass wir unser jesidisches Erbe verleugnen und uns der kurdischen oder arabischen Kultur anpassen sollten. Bis 2013, als die Straße von Kocho ins Gebirge endlich befestigt wurde, brauchten wir mit unserem weißen Datsun-Pickup für die Fahrt über sandige Pisten und durch die Stadt Sin-Schar fast eine Stunde bis dorthin. Der Ort, an dem ich aufgewachsen bin, lag deshalb näher an Syrien als an unseren heiligsten Tempeln, näher an der Fremde als an den sicheren Bergen. Eine Fahrt in Richtung Gebirge war immer ein schönes Erlebnis. In Sin-Schar gab es Süßigkeiten und besondere Lams-Sandwiches, die man in Kocho nicht bekam. Und mein Vater hielt fast immer dort an, damit wir uns kaufen können. Die können da einen saunen Einestaagnostübler zu nehmen und wird es das Gleiche und das Gleiche wird er ebenso als Anwaney war. Und das ging dann auch mit ihrer Vielen Dank.